Sehr schöner Größenvergleich eben gewesen. Man sollte daran denken, der Mann steht viel weiter dicht dran, als die Felsen sind. Klima. Denk doch an, die Kamera läuft. Auch hier wieder eine gute Frage. Wo ist der Horizont? Zwei Steine in kochendem Wasser. Na, wann knallt es denn nun mal wieder richtig? Eigentlich wird es Zeit. Klima, nimm dein Ohr aus dem Bild. Dankeschön. Hast du ganz toll gemacht. Aber was sehe ich denn da? Was ist denn das für eine Scheiße da? Die Wurst weit weg. Die Wurst auf eigenen Abwegen. Wurst, komm mal ran hier. Na, das klappt doch schon ganz gut. Da bin ich ja zufrieden. Meine Wurst. Die Wurst, die nicht so gut hört und noch an der Leine liegt. Naja, die ist auch größer und würde größeren Schaden anrichten. So, na gut. Das muss ja jetzt um erreichen. Hier wird ja fast schon wieder privat hier alles. Die Welle will nicht so richtig dick aufschlagen. Die Sonne kommt auch nicht raus. Also ist irgendwie jetzt nicht optimal. Mal.